Hier haben wir das TTL-fähige Funk-Blitzauslösesystem von Yongnuo, den RX und TX460, bestehend eben hier aus dem TX, dem Sender, der auf der Kamera befestigt wird, und hier einem RX, der eben über den Sender angesteuert wird. Hier ist ein Empfänger integriert und die beiden zusammen sind dann per Funk eben TTL-steuerbar. Das ganze Set spielt halt zusammen, hier kann man TTL und manuell einstellen, der Sender kann bis zu 16 Blitze in verschiedenen Gruppen ansteuern und wie das Ganze jetzt so im Grundsetup funktioniert, einmal ganz kurz hier eben in diesem Video. Da muss man natürlich erstmal beide Geräte einschalten und das Erste, was man dann machen muss, ist, bevor man halt loslegen kann, vor der ersten Nutzung, nicht vor jeder Nutzung, dass man die beiden Geräte synchronisiert, indem man hier auf den Channel-Button gleichzeitig für mehrere Sekunden draufdrückt. Die LEDs zeigen dann an, wenn die beiden sich synchronisiert haben, wenn ich jetzt hier die Pilot-Taste am Sender drücke, dann löst der empfangende Blitz auch aus. Sieht man doch, denke ich, recht deutlich hier im Bild. Ja, dann das Ganze eben einmal kurz noch auf der Kamera gezeigt, dann kommt der Empfänger ausgeschaltet auf die Kamera, dann beides einschalten, Kamera ist schon an und dann kann ich, wenn ich hier auslöse, eben auch den Blitz mit auslösen. Bei der Nikon-Version ist es so, der zweite Verschlussvorhang kann nicht über den Sender direkt angesteuert werden, das wird über die Kamera angesteuert. Da gibt es halt hier entsprechend den Button, die Einstellung, dass über den vorderen oder hinteren Verschluss geschehen soll, also über den ersten oder zweiten Verschlussvorhang. Und dann wird das hier direkt an den Sender mit übertragen und der Blitz löst entsprechend dann beim zweiten Verschlussvorhang erst aus. Gut, das ist das Ganze einmal in Kurzform. Es gibt ein unheimlich umfangreiches Handbuch, das möchte ich hier gar nicht alles zeigen. Lesen Sie es sich einfach durch und dann wünsche ich viel Spaß beim kreativen Ausleuchten Ihrer Umgebung. Wahlweise mit eben diesem Einzel-Set, mit einem Blitz oder auch separat erhältlich mit weiteren Blitzen. Dann viel Spaß! Und dann viel Spaß! Und dann viel Spaß!